hallo hier ist die my way ja wir sind unterwegs gerade hier nach richtung bächen wir fahren zum esel ich hoffe dass meine kameraeinstellung jetzt also vom winkel her auch immer noch gut ist wir wollen uns beim esel in bächen nachher mit ein paar freunden von uns treffen erst mal ein bisschen essen fassen und so weiter ja weil wir haben jetzt also fast ende november dann ist es ja nun auch schon was kälter aber heute ist halt mal ein relativ schöner tag und dann haben wir gesagt dann wollen wir uns doch mal wieder sehen und wenn es nur ist um da jetzt was zu essen und einen kaffee zu trinken vielleicht fahren wir nach danach auch noch eine kleine runde zusammen müssen wir mal gucken was sich so ergibt ja nach meinem letzten video hier mit dieser gopro hero 2 habe ich festgestellt es macht richtig spaß damit hinterher das video zusammen zu schneiden weil mit der rollei musste ich das habt ihr natürlich hinterher nicht so mitgekriegt aber ich musste mit dem ton total zirkeln weil die immer mal wieder lauter und leise aufgenommen hat und dass ich hinterher eine gleichbleibende lautstärke hatte das habe ich alles in der nachbearbeitung gemacht und das brauche ich jetzt überhaupt nicht mehr das macht es das macht die kamera halt automatisch das ist fantastisch ja ich bin gleich mal gespannt wie es beim esel aussieht ob die überhaupt draußen die tische jetzt noch haben bei den temperaturen ich hoffe doch weil drin ist da ja jetzt nicht so viel platz weißt du schon was du isst also ich werde höchstwahrscheinlich nur kleine matschige promis essen ach da sehe ich schon das autochen von thomas und marion auch da sitzen soll Ich hatte vorgestern meine dicken Handschuhe an, aber die sind so ungriffig und dann habe ich heute zwei Paar an. So, es geht weiter. Wir fahren zum Renzo. Tschüss! Ja, beim Esel war erstmal total schön. Da haben wir uns erstmal alle getroffen, ein bisschen gequatscht. Zu kalt ist es im Moment auch nicht. Und jetzt fährt unser Rudi vor über Altenberg zum Renzo. Dahinter, dem Rudi, ist der Odo, dahinter ist der Ralf, der hat da einen Riesenstick. Da hat er nämlich seine 360 Grad Cam dran. Und direkt vor uns haben wir Markus und Claudia. Und dann kommen wir. Ja, das war jetzt mal ganz zum Schluss. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal meine dicken Handschuhe an. Und das war irgendwie ein Fehler. Ich habe da drin meine Hände kaum bewegen können. Jetzt habe ich ein paar dünnere Unterziehhandschuhe da in meine dünnen Handschuhe angezogen. Es ist deutlich besser. Also kalte Hände großartig kriege ich hier drin auch nicht. Ein bisschen meine Finger sind halt ein bisschen kalt. Aber das habe ich ja eh fast immer. Ja, grüßt halt nicht. Okay. Vielleicht hat er Griffheizung und mag seine Hände nicht davon nehmen. Der Ralf mit seinem Stick. Sieht aus, ne? Sieht aus, ne? Ja. Ja. Ich habe überlegt, ich finde auch manch einer, was hat er denn da? Ja. Die Biva, die Biva. Schön ist er. Ah gut, wir halten jetzt erstmal hier. Aber ich muss mal. So, es geht weiter. Jetzt fahren wir vor. Wir fahren jetzt nach Wipperfurt zu McDonalds. Also hier bin ich schon ewig nicht mehr mit lang gefahren. Wie schön hier. Ja, da sind wir jetzt auch gleich schon. Jetzt erstmal ein bisschen aufwärmen, Kaffee trinken. Ja. Und auf Toilette gehen. So, dann sage ich mal. Bis dann. Euer Treiber. Ciao, ciao. Ja. Wobei. Vielen Dank.